kommt einer ganz hoch oder gar keine kommen leute enttäuscht mich nicht kommen nach oben kommen hier ist alles sicher du musst es untersuchen ob da vielleicht doch nicht was stimmt kommt einer der alleine kommt okay der alleine kommt du weißt verstehen verstehen was ich sagen nein ich auch nicht der mister gangster mit der brille ich muss ihn ja nicht töten ist mir dann auch kurzzeitig noch eingefallen ja ist also betäuben ist wirklich besser ja man verliert punkte aber mit dem verstecken kriegen genauso wieder und sind plus minus null so muss es sein was ist hier los was ist hier los hau einfach ab das geht alles hier gar nichts an ich dachte schon er hätte mich gesehen muss ich wo muss ich überhaupt hin ach da oben sagt mir das noch mal jemand so es läuft wo eine taugel ich finde das spiel extrem extrem geil das macht mir richtig spaß ich meine klar ich weiß ganz genau ich bin nicht so sonderlich gut aber man verbessert sich auch aber das wäre so ein spiel auf jeden fall noch mal durchzeugen denke ich ja weil es einfach bock macht es macht einfach spaß und die story gefällt mir auch überraschender weise mal im vergleich zu so vielen anderen spiel in diesem jahr richtig gut bisher richtig gut bisher richtig gut bisher richtig gut bisher oh yeah gut dann gehen wir weiter was zum teufel schön die aussicht mit der musik noch dazu ach gefällt mir hallo ja hast du schon mal neustart versucht blinkt das kleine grüne licht am modem ja dass dem dsl steht ok dann weiß ich nicht ich weiß es nicht ich stecke mit gib mir ein paar minuten ich komme so schnell vorbei wie ich kann lassen wir den typen mal leben ich habe gerade überlegt so ich hier ausziehe aber muss ja nicht sein ich glaube da drinne war auch nichts besonderes was wir uns hätten nehmen können seinen anzug also die verkleidung haben wir schon ja brauchen wir also nicht und wie hat er mich gesehen bewegen die sich nochmal warte mal ich war da keine sorge wir haben alles im griff wir arbeiten schon eine weile hier wir kennen uns aus ok wir müssen nur wippen kümmer dich doch um deine sachen was wollen die denn immer uhhhh endlich ein speicherpunkt mein gott wenn da nicht nix da drinne sitzt an dem mit ja äh ich habe keine ahnung oh jetzt geht hier weiter runter wir kommen zu spät zur einsatzversprechung den habe ich gar nicht gesehen wir müssen es jedenfalls versuchen woher geht es um wer ist dann mit drein reingeschlüpfte ich natürlich mr. profi schleicher ist am start ich natürlich Nein Ist sie jetzt nur scharf gemacht Oh Gott, kann ich die nochmal entschärfen? Ne, wenn ich da jetzt hingehe, bin ich selber tot Ne, 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 ne So dumm bin ich nun auch wieder nicht Hey kumpel Hey kumpel, was geht los? Was geht da los, Junge? Geh weg Oh oh Du bist gleich tot Hey, ich bin's Hier ist gerade eine Besitzung von Bord Geh mir das mal an Guck nicht so Scheiße, Mann Ja, mein Gott Doch, doch, das war ein Unfall Ich würde sagen, ich warte noch, bis es sicher ist wieder Das war natürlich doof jetzt Die zu zünden, ja Ich habe nicht so wirklich drüber nachgedacht Ich muss auf jeden Fall dort durch Das steht schon mal fest Ich habe ja nur genug Fokus, mich da durchzuschleichen Na komm, geh auf sicher Nicht nochmal so nah an meinem Arsch vorbei, bitte Irgendwas? Setz doch mal auf sicher Mein Gott, hier ist alles Okay, einer ist draufgegangen Mein Gott, das kann mal passieren Nein, hier ist es totenstill Alles klar Ich bleibe wachsam Und? Hier drüben ist nichts Na, geht ihr auf sicher Oder soll ich jetzt einfach losgehen? Reicht jetzt Okay, ja Kollateral schon, sag ich nur Hey, Alter Ja, was ist los? Wir müssen uns unterhalten Okay, gehen wir eine Runde So, fangen viele Gespräche an Und enden am Bett Alter Müssen wir uns unterhalten Okay, alles klar Gehen wir eine Runde Okay Aus dem Fernsehen vielleicht sogar Du bist 2000 im Minus Don Du musst die Kohle beschaffen Stromversorgung wiederherstellen Da unten wahrscheinlich direkt, ja Dann machen wir das doch mal eben Und Was geht da los? Was geht da los? Hä? Das ist immer sau interessant Müssen wir erst da oben hin Nee, laber Kein Mach keinen Scheiß jetzt Tatsächlich Ja, okay Und rein mit dir Aufzug in Betrieb nehmen Ja, okay Ich mein, ja War schade um die paar Punkte, die 300 Aber, ja Der war sicherlich böse 프gott Schade um die paar Van, ja Schade um den Schade um die dringdem Hallo? Ist hier jemand? Nö. Da vorne fängst du dann wieder an. Das ist wieder so ein längeres Level. Finde ich gut. Das letzte Jahr war ja wirklich mit 5 Minuten vorbei. Das war ein bisschen schade. Das heißt ein bisschen sehr schade. Schritt ins Licht.